Hallo, ich bin Christina, ich bin 14 Jahre alt und wir stehen hier an der Bibliothek und gehen gleich hoch auf die Plattform und ich gestalte den Block und die Freie gestalten. Hallo, ich bin Christina und ich bin 14 und ich gestalte den Block und die Flyer. Ich bin mit dem Stress, die wieder da ist, da die Seng sind. Ja, ich denke das mal. Na, ihr wisst nicht genau, ob ich das heute nicht mache. Aber wir sehen den Fernsehturm und ganz viele andere noch im Hotel. Ja, also am guten Tag, die für eine Masse anders war und am schlechten Tag, die war ganz fertig. Oh, ich glaub, da hinten. Ja, ja, das war der Ikea. Oh, das ist die Führer wieder hinten. Oh mein Gott, der ist Ikea. Guck mal, da kannst du gucken. Wenn wir die Schuhe sehen, hab da... Warte mal, wir können dich da in der Richtung, ne? Schule, da hinten, da guck mal, da sieht man das ganze Spiel. Ach da. Da ist ja Sportplatz und da ist ein Führer Schule. Oh, das ist toll. Richtig klein. Wie bist du? Echt nicht? Ja, guck mal. Hinter dem Haus. Ach da, da! Nein, 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 nein. Hallo, ich bin Henriette, ich bin zur Zeit 14 Jahre alt und ich versorge unser Team mit der Felsen. Hallo, ich bin Nalani Breed und ich bin zuständig für die Promotung im Internet. Hallo, ich bin Vivian, ich bin 18 Jahre alt und ich versorge mein zuständiges Team. Hallo, ich bin Vivian, 18 Jahre alt und ich leite unter anderem das Team. Hallo, wir befinden uns hier in der Marktrenbibliothek im grünen Stadtbezirk Marzahn-Hellastau, was viele nicht glauben wollen. 2017 findet hier die IGA statt, die internationale Gartenausstellung. Deswegen wollen wir zeigen, wie schön unser Stadtbezirk ist zu planieren. Das ist die Schreibwerkstatt, bestehend aus vielen jungen Leuten und ein paar aus dieser Schreibwerkstatt wollen euch das Projekt vorstellen. Und zwar werden wir euch alle einladen, alle die zwischen 11 und 29 Jahre alt sind, einen Text zu schreiben über eure Oase in der Großstadt. Und dieses Projekt haben wir auch der IGA vorgestellt, wir haben das dem Bezirksamt vorgestellt und dürfen uns deswegen mit dem Titel offizieller Teilnehmer der IGA vor Ort schmücken. Dafür haben wir auch eine tolle Urkunde bekommen. Da sind wir ganz stolz drauf. Und wir konnten Horst Evers als Jury-Mitglied gewinnen und Tim Renner, der Kulturstaatssekretär von Berlin, ist der Schirmherr des ganzen Projekt. Wir hoffen sehr, dass ganz viele von euch mitmachen und die Einsendungen werden wir dann von Januar bis März 2017 begutachten. Und am 29. April ist auf dem IGA-Gelände die Preisverleihung. Wir hoffen sehr, dass ganz viele mitmachen. Wir hoffen sehr, dass uns ganz viele unterstützen, vor allen Dingen auch finanziell, denn das Ganze kostet viel Geld. Wir wollen schöne Flyer gestalten, wir wollen tolle Preise verleihen und da brauchen wir eure Unterstützung. Und wir hoffen sehr, dass ihr dabei seid. Hallo, und jetzt seht ihr uns nochmal alle zusammen. Wir hoffen auf ganz viele Unterstützer. Wir danken auch alle, die uns finanziell unterstützen. Wir freuen uns über jeden, der mitschreiben möchte. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das ganz gut teilt und auch in einem Freundskreis arbeitest. Wir sagen wir, dass ihr uns sehr durchgehalten habt. Tschüss! Tschüss!